Musik 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 Gut, jetzt film ich. Wie ich dich fertig mache? Ja. Ja. Und ich hab ein richtiges Echo drin. Wegen wem auch immer. Den filmst du jetzt gerade auf oder wie? Ja. Mit Ton? Ja. Traurig genug oder? Hallo, der Wissen, ich bin gerade im Video. Also, ich brauche dich mal immer mal grüßen. Hallo Mama und da mein Papa Hallo Papa Sie sind gerade bei mir Sie sind gerade bei dir Ich hab's gewusst, Sie haben nur gesagt, Sie wollten noch ein Konzert gehen Nein, in Wirklichkeit wollten Sie zum Jahr nicht, weil das so verdammt sexy ist Hey, sag mal ein bisschen ruhig an meine Mutter, sag mal, okay? Ja Zino, warum ist eine Mutter da? Wahrscheinlich eher ganz gemeint, aber ich gehe ja bei uns Warte, ich kann gerade nicht, ich bin gerade von Vino durch Auseinander Ah, Hilfe Durchaus Auseinander Jetzt kann von Zino durchaus Auseinander Kann mal jemand sagen, Zino soll schlecht kämpfen? Ah Zino kämpft schlecht fürs Video Nein, Kämpfer, ah Okay, du kannst wieder richtig kämpfen Ja, ich hab wieder alles vergessen, was sollte man noch mal gegen Spam machen? Blocken 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 Und dann einmal reinschlagen Das wäre nicht F*** Das muss ich alles zensieren, weißt du das? Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Ne Ja, irgendwas mit Genork, man, da habe ich voll rum geflamed, man was machst du da man ja ja das ist ganz so lustig lacht deswegen war ich nicht sicher wie alles okay ist gibt mir tipps zino wie nehm ich nehmt ah ok ja der ist nicht so gut jetzt troll ich dich never never ever 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 never er nimmt auf man hat aufgott jetzt machte sowas oh du hast ein pfeil im knie jetzt kannst du den skyrim Satz sagen wenn ich ein Traveller als du nein wie hieß das? wie ist im englisch? ich weiß gar nicht im deutschen ich weiß gerade im englischen auch nicht mehr warte 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 wenn ich ein Traveller als du war aber dann habe ich einen Aero auf die Knie kann das sein? ne ne dann habe ich einen Aero auf die Knie ich bin mir nicht sicher ja ich habe einen Aero auf die Knie ok ah schon ein Wachhausgärin da war er raus du bist so ein richtig kleiner troll man du kannst da immer infallen du kannst da immer infallen tut mir echt leid für dich Sino ja wenn ich dich richtig spüren würde würde ich dich sofort fertig machen ja wissen wir doch alle auf welchen sie aber setze weil jetzt ist Schluss mit lustig oh 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 jetzt gehts ab ansage oh die Echo sind so nervig wer macht das Echo ja Sino bei dir ist voll das Echo nur falls du da schon mal aufverlässst ja mach das mal aus sonst kann ich nicht aufnehmen oder ich muss dich muten warte mal 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 � kijkt ieur ist es Echo! ob bei mir wieks als beim Sino ich habe schweres Kampfschild ausgerüstet ok 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 nehmste du mit dem Audio auf oder schnell dich es einfach zusammen ich unterstütze strongest Ich kann's rein, der Rekord, oh, I kill you. Oh, Delta, oh. Look at my equip. Jetzt, 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 jetzt. Ich bin in die Schule. Look at my equip, man, ich bin bis amösel. Du hast gerade geschafft. Ey, ich war gerade abk. Seid ihr heute bereits für die Schule? Ja. Tino ist jetzt sauer. Tino? Ey! He? Anik, alles okay? He! Der ist auch gerade so lustig. Oh! Delta, verpiss dich jetzt, wir stehen unter Beschuss. Ja, und jetzt? Ey! Alter! Nein Alter! Alter ist Gegner. Du musst das Gegner. Hör mal auf Junge, ich muss dafür sorgen, dass er nicht zurück schießen kann. Ach, wenn er nicht zurück schießen soll, sagst du feich. Für mich. Na du? Ich sterbe halt. Starlos! Ach, jetzt kommt er nicht lang vor. Zino, bist du noch dran? Was hast du gerade gesagt? Ob du noch dran bist? Nicht mehr, Lanje. Warum? Geh ja bitte auf einen anderen Server, weil ich mich so eine Seite übersehen. Spielen wir uns gemeinsam auf IG Battlegrounds ein, gescheit. Nein, nein, wir sind gerade vier Stück drauf. Jetzt werde ich diesen Knorf so hart ownen. Was, Mann? Ich hasse IG, ich hasse den Server. Wollen wir nicht um die Map-Experte machen? Wollen wir nicht um die Map-Experte machen? Es macht so Spaß, sie nur aufzuregen. Hallo? Halt, ich reiß mich echt zusammen, okay? Du steigst ein Video mit, okay? Ich fang ihn nicht an jetzt. Doch, mach mal bitte, das wär lustiger. Nein. Was? Was? Halt. Muss ich das verstehen? Wer redet da so komisch? Stella. Wer? Wenn der mich tötet. Oha, nee. Ähm, Wimpf. Ja? Ich soll dir von Kasa ausrichten, du hast bei ihr verkackt. Oh. Das macht so wurscht. Das ist echt schlimm. Wieso hat's? Wie sagt sie mir das? Keine Ahnung. Ich bin konzentriert aufs Maul. Ah, das ist nicht. Ja, wo bin ich jetzt leise? Uhhh. Oh, sche... Oh, ich hab ein Headshot. Ich hab grad ein Headshot kassiert, ich hab kein Leben mehr. Von mir? Ich hab gar kein Leben mehr. Bei Zino geht Peter,知 Lee, забilde die Unterricht, die haben auch Archer. Nehme Wiegeleit weiß nicht, die Archer, lass mich doch mal. Oh Gott, ich bin... Oh und nochmal Headshot, fick dich. Uh. AHHHHH Hahahaha Boah was soll ich fach scheiß Hör mal auf, das muss ich alles censieren Was hast du gut gemacht, Renz Bitte Ja, ich nehm auf Ja, ja, ich nehm auf Warum musst du das censieren? Das ist übrigens Delta, seinen Channel in die Beschreibung noch Yay Finde ein Abo geil, abonniert mich und ich schlag euch Ja Geh doch bitte von einem zuvor Oh nein Doch Ne Ich hab Minus 1 Minus Das ist nicht unser Problem 2 0, ne Plötzlich sind wir so viele Leute Das ist nicht eigentlich üblich, wenn wir Videos machen, wo die Begrösung hat Mach an Mach an Hallo Leute Ja Staros 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 Center Alter, guck mal wie sich unser Server füllt Becker Becker Wer hat was gegen mich Oh, Zino Ey Zino, Zino, du nimmst heute Arscher, okay Zino hat einfach dann Zino hat einfach dann Zino hat einfach dann Ich hab Zino davor auch 10 mal Headshot gegeben Egal, der hat sich Zino heute könntest du wirklich Arsch nehmen, du bist gar sehr gut drauf Nö, ich bin scheiße Stimmt, stimmt Schau meine KD an Dann schau Nord an Oh, warte ich seh grad gar nicht wie überhaupt noch Ne, aber dann schau doch einfach mal an, was vorhin wieder passiert ist ganz älter gegen Delta und Nord verloren, ey Ja, das ist doch normal Was ist denn so schlimm? Was ist denn so schlimm? Was ist denn so schlimm? Na, ich bin so schlecht Ey Zino, schau, sowas kannst du wirklich sparen Fast denn, komm bitte, man Wir hatten, wir hatten Swadin und die hatten Sarah Niden oder so Und Swadin gewinnt jeder Ich hab, Sarah Nieders voll unterpowered, man Und hier gewinnt immer das unfair Das sind doch die zwei Ja, aber ich mein, wir waren noch Wenn, dann geh du mal Äh, Ding, wenn Swadin oder Swadin ist viel überpowered als Sarah Niden Sie hat Sarah Niden nicht verbessert Bei der letzten Umschreibung haben wir alles gar nicht verbessert Och, halt Natürlich Bei Swadin ist alles bittiger geworden Sarah Niden haben es nicht verbessert Eben, das ist ja gerade, Sarah Niden war's letztes Jahr Ich hab's ja nur recht viel im Gehen Was? Ja, eben Ruhig, 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 Ruhig Ja, ja, nee, ich bin gar nicht ruhig Wir sind hin und der Beschuss, Delta, zurück Ja, wir sind überall Wir müssen uns hier irgendwo verschanzen Ja, okay, jetzt sag, ab in die Ecke Ab in den Urlaub Schleichwerbung Ach, mit den Urlaub Ach, mit den Urlaub Das ist Zino hinter dir Ahhhh Ja, und jetzt Toll gemacht, Delta Ha, nein Ja, gib mir Schuss Jetzt können wir euch nur zerschießen Blöde Zinos euch schießen Ohhhh Das ist mir einfach gar nicht dran Klappt Jens, jetzt lass uns wieder zurück Was ist das hier denn? Die Power geht wieder nach Deswegen ist es total unfair, wenn wenn man als bessere Fraktion gegen Sarah Niden gewinnt Egal wie gut die Gegner sind, Sarah Niden ist einfach unter Power Na, nicht unbedingt Ja, nein Nein, sieh da, sieh da Ja, sieh da Ja, sieh da Jetzt seht ihr mich auch noch Ich bin, ich bin Assassin, die dürfen mich nicht sehen Ich bin und ich glaube nicht noch Fan Ey, ich bin berühmt, ich bin Famous Die kennen dich, dass die sich nicht Abonnenten gibt Ja Boah, da Ja Ich schrei nicht zu heute Das ist jetzt nur Das ist CSG Okay Okay, Assassin ist auf der Position Ich glaube TSG, er wollte einfach nur TS schreiben, oder? Ich glaube auch Ja Das ist nicht zu gescheit Ich sag's dir, ich bring ihn jetzt um, wenn er nicht weg ist Ich bin schon tot Oh, ernsthaft Das warst du, Yannick? Gut gemacht Gut geschossen, finde ich Keine Angst Oh, danke Ach ja, du bist der Kerl mit dem fetten Schnauzer, ne? König Nio Pist Obi Hebt doch den Krumsäbel auf Und Gun Winn Ich glaube es ist Win Win Because Der Wahrscheinlich Ich meine, wie geht es hier in Was zur Hölle ist TSG, Mann? Ich geh schon nicht. Wo alle? Ja, wenn ich mal wüsste, wo ihr überhaupt seid. Habe ich gerade einen Archer von uns getroffen, zieh dich zurück, da Zino kommt. Und du bist jetzt gefickt. Oh, Ficker. Ja, ich hab keine Ahnung, wo es... Keine Ahnung, wo es mein Team ist. Ey, das sind zwar die Arsch. Alter, Yannick, Simon, ne, er will mich reißen, oder? Au! Du bist echt nicht besser, oder? Was? Au! Jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab gar nicht, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Das ist kaff. Ja schieß mir halt ins Bein. Ich war nicht mal mein Zwei. Ich hab's für den zweiten Schiff. Ah, dass Zino weggeht. Der geht wieder weg. Ja, ich muss euch da ein Schiff nehmen. I'm owning you, enemy. Ich glaub, Kampf irgendwas ist nicht so stark. Ich bin Note 5. Merchage. Herr Zino, ich mein... Zino, du musst deinen Server endlich mal umstellen. Ganz ehrlich, es trägst langsam ein bisschen auf. Immer nur sechs Wohnen. Zino, ich mein das... Wenn ich so lache, ne, das mach ich nicht ernst. Ich freu mich da einfach nur, wenn ich nen Headshot verteile. Weil es passiert bei mir nicht so oft. Besonders... Ich hab's für die Jahre im Test nicht gewohnt. Geh, gib mir in die Waffe. Alter. Da, da, da. Ich kann dir eine geben. Ich kann dir eine geben. Da, da, da. Ich hab schon einen. Ja. Toll, die hat ja geklaut. AppChange, oder? Ja, genau. Die hat ja geklaut. Ja, hab ich. Na, ich hab da nichts. Alle anderen. Alle anderen. Ja, alle anderen. Geh wir gemeinsam nennen den Team. Nein, Swadien. Die können wir auch rein. Swadien. Zino, komm Swadien. Zino, komm Swadien. Zino, komm Swadien. Du kannst doch... Ich hab drei andere Stellen. Boah, denk du, du Viech. Janik, komm mit. Ich töte jetzt alle in meinen anderen Stellen. Sorry, warte. Ja, ich komme. Ah! Oh, den anderen ist gesporen. Ich bin schneller. Ey, das war doch komm. Okay. Danke, danke. Töte den Kampfen, du bekommst. Der hat den Kampfen getötet. Das darf man nicht. Aber ey, das ist übergeil mit drei anderen Stellen. Schieß rein, treff, schieß wieder rein, treff wieder nicht rein. Schieß rein, dann treff gehen. Wie praktischer. Janik, was? Bitte isst dir es eben. Weiss ich grad nicht. Batuf. Batuf, Batuf. Tino, get away. Tino, get away. Treff dich irgendwann mal. Treff dich. Von hinten! Von hinten der Spacko! Wampa, verteidest du mich nicht? Janik, wo bist du? Am kämpfen. Der Kampfgutel ist so ein Noob. Ich hab in Eisfahrt treten. Ja. Die sind nicht so stark. Aber ich weiß gar nicht bei dir bösen. Und sie gehen mal auf. Warum? Die sind voll nett. Deine Mutter ist... Oh Gott. Oh, Tino. Das ist Gewohnheit. Tino. Kann es sein, dass du irgendwie jeden in deinem Umfeld beschimpfst? Schön, Janik. Sehr schön. Ja, kann sein. Das ist geil. Auch wenn es deine Freunde sind. Ja, die wissen ja, dass es nicht ernst ist. Das sollten ihr auch mal wissen. Boah, Luck Chamber. Nein. Nein. Wenn du so im CW spielst, dann passt es. Okay? Okay. So nicht an. Seid Stahlers. Auf gehts. Kommt, der Stahlers möchte bald. Auf gehts Kameraden. Kameradenschweine. Pass auf, sieht ihr links von mir? Pass zu auf, sieht ihr links von mir? Uhu. Darts ins Gesicht. Darts ins Gesicht! Das ist ein legendärer Ausruf. Alter ich habe die Typen wirklich in meiner Freundesliste. Ich bin so schlecht. So schlecht. Wenn sich die Spiel halt glaub ich nicht wird so schlecht, wenn ich das. Doch, du bist so gut, ey. Du bist so gut, ey. Ich hab sieben Speere verworfen, man. Ja, nimm dich doch. Ich hab sieben Darts. Das nächste Mal, das nächste Mal, Darts ins Gesicht. Ja, ne, ich hab jetzt grad den Headshot. Das hört sich so geil an. Sag's bitte nochmal. Darts ins Gesicht. Darts ins Gesicht. Ja. Oh mein Gott, Darts ins Gesicht. Jetzt weiß ich, was TFG ist. The Shadow Gamer, Mann. Das ist schon voll alt, Mann. Wir haben bei irgend so'n... Mord haben wir so'n Sparta-Clan gemacht. Ich komm gleich wieder. Ich mach' keine CD-Refresh. Weißt du, wie erst jetzt ist? Es ist ein Public und der täuscht an. Ja, und? Die Public sind zu schlechter. Genau genommen sind wir auch Public, wenn wir uns. Ey, guck mal. Ey, komm mal. Ja, was war hier? Ist auch ein Klau. Was Public? Public sind so wie Bots nur noch schlechter. Ja, das war kein Public. Egal. Dann bin ich genau das nur in dem Klaren. Winz. Zum Kolfen kommt's doch, dass wir Public sind. Wenn jeder der Public spielt, also Multiplay ist in Public. Nein, das stimmt doch gar nicht. Nein, das stimmt doch gar nicht, wenn's. Bitte beruhig. Bin zu auf so'n Scheiß zu lang. Bitte beruhig dich, wenn's ruhig runterkommen. Bitte beruhig dich. Bitte beruhig dich. Bitte beruhig dich. Bitte beruhig dich. Genau, Delta. Voll idiot. Darzins Gesicht. Ja, ich treff aber nicht. Darzins Gesicht. Darzins Gesicht. Darzins Gesicht, oh, Ginoa. Silo, bist du wieder Reiter? Ja, jetzt in der Reiter. Ja, 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 ja. Ich glaub, das war wirklich ins Gesicht. Habt ihr das Bannerpack? Weil da schaut unser Banner so arschlippengeil aus? Ich hab mein eigenes Bannerpack drauf, sorry. Alter, im Echt schaut uns halt so schön aus. Delta, hast du das echte Banner, also das Bannerpack, was ich... Nein. Niemand hat ein Bannerpack. Doch. Oh, das ist Sinus. Da ist das Banner so wie Schüpp. Ich bin jetzt hier das so rauchschüpp. Was ist vielleicht Bannerpack? Das ist so wie Textepack in Minecraft. Das ist mit dem Spiel los. Silo, komm wieder. Aber Minecraft ist... Minecraft ist ein bisschen langweiliger. Nee. Nee. Warum spielst du dann jetzt nicht Minecraft? Schön, Delta. Delta, das war schön. Das war fast so schön wie Darts ins Gesicht. Nein, ich find Minecraft auch geil, aber Modenblade macht mir ein bisschen mehr Spaß. Gibt doch manchmal ein Feldmord, ne? Keine Ahnung, was es gibt. Schön. 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 Slaving Mile. Big Swing. On the middle bank. Manner. Ja, komm. Ohhhh. Ich hab ihn entferdet. Das sind alle solche Geier. Entferdet? Au. Entferdet? Das kommt doch komisch. Verwert. Ich bin entferdet. Ey, das hört sich voll episch an. Ich bin ja ein Jungfond. Ich bin auf dem DB-Sack. Chill mal mit deiner Wustung. Ja, geil. Ja, geil. Ja, ja. Der Kugel hat mich vorher auf dem DB-Server geteinkt. Ich fand das wird temporär bannen. Vielleicht. Nein, nein. Ich weiß aber trotzdem, wäre ganz lustig. Hups. Zwei auch einer von unten. Vince, ich hab wenigstens über die Gesicht gerissen. Oh, fuck. Äh, Vince? Äh, Silo? Du kannst einfach wieder rejoinen. Das ist nur, warte mal. Das Anti-Team-Q-System verlauen. Oh, stimmt. Ich hab in den 200 Wachers einhinter können. Der ist schon gestrackt. Oh, schlecht. Das war echt richtig schlecht gerade von mir. Ziehen, Jung. Wenn man sich bei Eis kannst doch in unser Team. Und bald ist sowieso wieder Map-Change. Nein, ich bin ja wieder gescheit. Hä, was ist denn los? Du Scheiß-Out-Wanger. Ah. Komm. Jetzt noch ein Paares Equipment. Tino? Ja, okay. Schiss krön. Tino. Man redet niemand mehr. Ah, ja. Weil wir es können. Soll ich das ziehen, wer Tino ist? Wieso, wer ist Natlena? Kassandra. Ernsthaft? Ja. Ist nicht so ne komische griechische Gott, oder? Ja, da hat sie ins Gesicht, wie gesagt. Da hat sie ins Gesicht. Weil ich grieße sie so sehr, Kassel umzufrieden. Zino. Ah, komm, Kassel. Oh, ich stelle ein Mikro. Ah, ich habe das mit der Kampffscherung. Aber es ist nicht drin. No to die. Alle auf den Kampffscherung, Pudel. Zino Schatz. Welchen Server bist du? Zino. Zino. Ja, ich bin OP-schussig gut besser und okay, ich könnte mich noch besser machen, wenn ich so. Nimm einfach mal alles Beste, ich weiß ja jetzt. Ich nehm immer alles Beste. Und dann fehlt er ja auf Schmarsch aus, was man nimmt. Wirklich? Nein, das ist nicht gescheit, Janik. Das darf ich nicht machen. Das mach ich nur, wenn ich ableg. Warum? Ich mach das auch immer im MCW. Ja, ich auch. Wampi, die hat mich gerade abgeworfen. Der hat mich schon sterben. Ich glaube, sie braucht Darts ins Gesicht. Darts ist, der war schön. Nein, der war schön. Warte, jetzt zeig ich dir Darts ins Gesicht, pass auf. Darts ins Gesicht. Komm, gib mir auch einen Darts. Das ist kein Darts, das ist ein Schwert. Darts, in die Futter. Das meint's niemand. Das meint's geil. Ja, komm, guck at my KD und jetzt MapChange. Hordox. 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 Hordox, 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 Hordox. Hordox, Hordox, Hordox. Hrendpferd und fünfmal Sch... Ich nehm Darts, Wurf, beide Wurf. Ich geh auch zu euch. Ich nehm das, was ihr nicht nehmt. Danke. Alter, ich find meinen neuen Charakter so sexy. Oh ja. Ach so. Ich hab keine Ahnung, viele Hände. Fisch du... ja ja Tino Deutschland sucht ich werde Teamkilled Hilfe Kickbomberix oder Slay ihn bitte beeile dich das ist eh Map-Change du bist zu schlechten zu töten ooooh also ich zeig dir jetzt mal wie es geht mit dem Zweihinder ich weiß was mit Tino ist Tino wir haben aber nix gesagt so ich hab jetzt Snoopix die Equip was man haben kann ich hab'n Zweihinder und dreimal sch... ne alten Kampsschild das ist nur nix der Equip das man haben kann ne ich baue damit jetzt irgendeine ich baue damit jetzt ja genau glaub ich mein Schild nix wieder hin ich will mir damit unter uns bauen so ein Name oder so ein Schein mit drei Schildern ja natürlich hier ist so na komm fu- oh Vince das muss ich zensivieren fuck ich nehm ja immer noch auf ja 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 ja